Bereiten Sie sich auf das Kommende vor, denn der Wettbewerb bei Eintracht Frankfurt steht kurz vor dem Erreichen epischer Höhlen. Sie werden nicht glauben, was in diesem Video auf Sie zukommt. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, um kein Detail dieses Updates zu verpassen. Die Fans sind besorgt über die Ergebnisse und Entscheidungen, die im Verein getroffen werden. Adlerträger, bevor ich es Ihnen erzähle, wenn Sie Eintracht lieben, geben Sie diesem Video ein Like, um die wichtigsten Insider-Updates des geliebten Clubs zu erhalten. Philipp Max musste die Kritik des Clubs akzeptieren und ist nicht im Kader der Conference League, da er in letzter Zeit und teilweise in der zweiten Hälfte der letzten Saison recht durch Wachsinnige Leistungen gezeigt hat. Und deshalb hätten die Fans sich nach seinem großartigen Start die Dinge anders vorgestellt. Mit Nielsen Konko hat Max jetzt einen Konkurrenten mit enormem Potenzial, der kürzlich in seinem Bundesliga-Debüt getroffen hat. Es wird angenommen, dass mit Nkounkos Ankunft Max sich besser in das Team einfügen kann und die Leistung auf dem Platz erheblich verbessern wird. Ein Spieler kann den anderen mitziehen, um in dieser Saison bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir werden die Leistung beobachten. Adlerträger, wir wissen, dass Sie an Philipp Max' Leistung gezweifelt haben. Aber erzählen Sie mir in den Kommentaren. Glauben Sie, dass die Fähigkeiten des Spielers mit der Ankunft von Nielsen Konko besser werden? Ja oder nein? Ihre Meinung ist uns wichtig. Sie wird zum Maßstab für die Entscheidungen, die Eintracht trifft. Geben Sie dem Video ein Like, um Ihre Liebe und Unterstützung für den Herzensverein zu zeigen. Abonnieren Sie den Kanal, um sicherzustellen, dass Sie die wichtigsten Updates des Vereins erhalten. Bleiben Sie dran, denn wir werden jederzeit mit brandneuen Insider-Updates zurückkommen. Ich erwarte Sie im nächsten Video.